wo ist leute und herzlich willkommen hier zurück auf mein kanal ich bin's wieder hier euer graf snackulay und ja leute ich darf euch hier herzlich willkommen heißen zu einen weiteren graf kocht allee ich habe heute hier etwas ganz besonderes für euch am start allee und zwar wir machen eine super legere berliner currywurst alter ja alle ich schwörs euch ich habe die letztens gemacht so nach dem rezept das ich online gesehen habe ich war richtig lege und ich möchte euch zeigen zeigen wie ich das mache ja ich habe übrigens hier eine neue kamera als normalerweise mache ich ja hier die die videos immer mit meinem handy so und dieses mal hier mit einer mit einer fetten kamera hier alter könnt ihr mal sagen wie wir das so findet wie die qualität so ist und ob ich in zukunft lieber mit dem handy machen soll hier ja gut weiter zurück hier zu unserem produkt was brauchen wir hier für die zutaten hier mal die passierten tomaten alle ich habe hier gleich hier zwei packungen denn wir machen hier ja wirklich eine große portion alle weil das kann man auch super gut einfrieren bin ehrlich so und ja wir werden das machen etwas davon essen und dann den rest werden wir einfach ja einfrieren und das ist ich dann den nächsten tage mal hier ich habe hier eine richtig schöne bratwurst alle dies hier am haus gemacht alle nicht von mir aber hier von einem guten bekannten der einen fetten geilen bio bauernhof hat und er hat mir diese gute bratwurst hier gemacht dies richtig richtig lecker schmeckt super gut und ja hier habe ich noch zwei stück franks alle für meine freundin denn die mag die bratwurst nicht so gern gut dann habe ich hier eine ganze zwiebel also das wird jetzt so für ich würde mal sagen so circa vier bis sechs portionen sein würde ich mal schätzen hier vielleicht auch ein bisschen mehr aber wenn ich jetzt so für zwei leute currywurst macht dann reicht eine halbe zwiebel und ja deswegen hier die ganze zwiebel habe ich schon alles geschnitten hier ein bisschen knoblauch da habe ich drei große zehn genommen eigentlich ja dann natürlich currypulver alle und da habe ich hier von natco das mantras currypowder alle das habe ich hier aus bömingham mitgenommen alle und ja da werden wir vier esslöffel von denen hier verwenden und hier habe ich noch das hot currypowder das ist ein bisschen schärferes von denen nehmen wir zwei esslöffel hier genau dann habe ich hier noch cola und orange saft alle frage mich was für saft ja gut und essiggurken alle ist jetzt nicht klassisch glaubt nicht dass irgendjemand so in currywurst essiggurken rein macht aber ich sag's euch leute das ist der absolut hammer also schmeckt so lecker ganz zum schluss dann einfach nur rein und fertig ist die maus alle ja gut wir werden jetzt hier erstmal am anfang in der pfanne schön die die zwiebeln rösten ja und dann den knoblauch dann löschen wir das ganze hier ab mit dem morangensaft und der cola lassen das ein bisschen hier ja ein reduzieren am schluss werden wir das alles dann werden wir dann das currypulver noch rein tun das ein bisschen ein bisschen mit anrösten und danach fett die passierten tomaten drauf ey das noch ein bisschen kochen lassen in der anderen pfanne dann die bratwürste hier am braten alle dann schöne stückchen schneiden und dann rein in die soße und abfahrt alle ja ich würde sagen ich werde jetzt hier die pfanne heiß machen und dann bin ich wieder bei euch so sports freunde alle ja hier das öl wird hier schon langsam hier ein bisschen schon ein bisschen warm alle schmeißen wir hier kurz mal hier die zwiebeln rein ne gucken wir mal lassen die hier ein bisschen anschmitzen hier ja ich habe die zwiebeln hier ganz fein geschnitten wie ihr sehen könnt normalerweise mag es ja ein bisschen gröber aber hier für die currywurst das ist das besser wenn sie wenn sie schon ein bisschen bisschen ja hier feiner gehackt sind hier natürlich gleich mal hier salzen das ganze schön mal lecker ja hier ist das das currypulver wie gesagt vier esslöffel vom normalen zwei vom scharfen hier schmeckt richtig richtig geil kann ich euch nur empfehlen hier kann man bestimmt mit normalen currypulver auch machen aber das schmeckt schon richtig krass bin ehrlich also das ist so lecker genau jetzt warten wir hier mal ein bisschen kurz bis das alles hier richtig schön ja bisschen fahrt aufnehmen hier haben ja in der zwischenzeit hier können wir schon mal hier die kohle aufmachen wir extra die auf der glasflasche genommen für euch natürlich ist natürlich keine müde und kosten sparen hier für meine zuschauer alle aber so süß oder die hat nur 250 milliliter dann probieren wir mal hier einen schluck oder ja man sagt ja das kohle aus der glasflasche schmeckt am besten wie ist eure meinung dazu also ich finde schmeckt schon geil aber das aus der dose das kommt auch anders gefährlich ne so ja wie ihr sehen könnt hier das ganze nimmt hier schon langsam ein bisschen hier gestalt an wir warten bis sich die zwiebel schön glasig gemacht haben dann kommt der knoblauch dazu ich tue immer erst die zwiebel rein dann den knoblauch ich weiß nicht wie man das normalerweise macht ob das so stimmt aber ich finde immer wenn man den knoblauch direkt rein schmeißt dann verbrennt der und man schmeckt dann einfach nichts mehr davon oder egal so zeit für den knoblauch hier so leute guckt euch das an und ein Soll ich jetzt noch ein bisschen wasser, wenn ich jetzt noch ein bisschen wasser. Das war's für heute. Jo, was ist denn da mit meiner Pfanne los, Aldi? Hier tropft es ja richtig runter, was passiert denn da, Mann? Ist ja brandgefährlich hier. Aldi! Junge! Was kommt denn da raus, ey? Guck mal! Boah, ist frisch aus, ein Geschirrspüler hier, die scheißen noch ein bisschen Wasser dran, oder was, ey? Kacke! So, passt wieder. Gut! Dann kommt jetzt hier ein schöner Schuss Cola rein, und Orangensaft. Supi! Und das Ganze lassen wir jetzt richtig schön einreduzieren, bis es so ein bisschen dickflüssig wird. Und, ja, dann werden wir hier noch ein bisschen das Curry dazu tun, und dann geht es immer an die passierten Tomaten, und dann sind wir im Prinzip schon fertig. Das dauert jetzt hier sicher so um die 10 Minuten, würde ich mal sagen. Und, ja, ich würde sagen, ich lasse das jetzt hier schön einreduzieren, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Alis, ey, guckt euch das an, hier. Das ist jetzt so richtig schön einreduziert, und das ist so ein geiles Fundament für eure Soße, ey, ich schwör's euch mal. So, diese, das gibt so eine geile Fruchtigkeit, und ja, hier wird es schon ganz schön dickflüssig, und man hat auch die Süße dann natürlich drinnen, so ein bisschen Zucker, ey, hilft ja immer ein bisschen. Und, ja, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Und, da schmeißen wir jetzt unser Currypulver da richtig schön rein. Guckt euch das an, liebe Freunde. Boi. Ey, ist das geil. Das lassen wir jetzt hier ganz kurz, hier ein bisschen mit, mit anrösten hier. Und jetzt kommen da, unsere passierten Tomaten drauf, ey. Komm. Und noch eine. Let's go. So, schön. Schön, Ali. Hier. Das gute Salz. Das werden wir später natürlich hier noch ein bisschen verfeinen, hier mit ein bisschen Pfeffer und so. Aber jetzt rühren wir das Ganze hier mal schön unter. Emulgieren das Ganze hier zu einer super schönen, feinen Soße, Ali. Und guckt euch das hier an, ey. Guckt euch an, das ist... Mmm. Ali. Gott, und wie das riecht, Mann. Das ist so krass, ey. Ich schwör's euch. So. Da müssen wir jetzt aufpassen, hier. Ey. Direkt ein bisschen mit hier der Hitze... Oh. Gucken. Bisschen hier runter. Ey. Das Ganze, das wir so ploppen, Ali. Und die Soße spritzt in alle Richtungen. Ich schwör's euch, Mann. Das ist richtig unangenehm. Oh, Ali. Es schmeckt so verdammt lecker. Mmm. Ich sag's euch. Es schmeckt so lecker. So. Hier schön noch ein Pfeffer rein. Wer es ein bisschen schärfer mag, hier Cayenne-Pfeffer. Und bin ehrlich, da geht auch noch ein bisschen Curry-Pulver. Und jetzt, ganz wichtig, fucking umrühren, ey. Wirklich, sonst schießt euch die Scheiße durch die komplette Wohnung. Ich schwör's euch. Das ist explosionsartig, das ist wild. Gut. Ja, die lasst man jetzt hier. Ja, weiß nicht, so, ja, noch eine Viertelstunde oder sowas. Hier noch ein bisschen, hier, ein bisschen, ja, noch ein wenig einreduzieren. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal hier um die Würstchen-Alleh. Jo, Ali. Wie ihr sehen könnt, ey, ist das Würstchen hier schon in der Pfanne hier. Ich hab's hier schon ein paar Minütchen drinnen. Ja, ihr könnt sehen hier, das verfärbt sich hier schon richtig lecker. Dann werden wir hier auch noch gleich die Franks dazulegen. Ja, die brauchen nicht ganz so lang hier wie die große Bratwurst. Deshalb hab ich hier noch ein bisschen gewartet, bis ich die reingetaten, reingetun hab. Reingetun hab, reingetun hab. Ja, ich bin schon so ein richtiger Berliner Türke, der kein Deutsch kann, oder? Ja, hier auf der anderen Seite haben wir die schöne Soße. Ja, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, spritzt das hier wirklich alles voll. Ich hab hier wirklich alle Hände voll zu tun. Und, ja, wir geben jetzt hier noch die schönen Spreewaldgurken rein. Natürlich nur das Allerbeste. Und, ja, wir geben jetzt hier noch ein bisschen. Ja, das sind die Würstchen. Wenn die fertig sind, schneid ich sie in schöne Scheibchen, Ali. Und dann, ja, dann zeig ich euch, wie das Ganze hier schmeckt, ne? So, ja, hier haben wir die Frankfurter hier für die Allerliebste. Die schöne Bratwurst für mich. Und hier, ja, die fertige Currysoße, Ali. Dann nehmen wir uns hier jetzt den schönen Schöpfkeller hier. Und, ich würde sagen, Abfahrt. Hier schön drauf. Mmh, Ali. Ja, hier auch nochmal. Let's go. Und dann gucken wir mal. Schön mit der Gabel ein bisschen schauen hier. Wie es denn so schmeckt, ja. Dann würde ich sagen, hier, guten Appetit, ne? Und das wär's, Jan, und let's go. Oh, boah, Ali. Ist das lecky. Oh, die Spratwurst ist so geil, ne? Die hat ja so einen richtigen leckeren Kräutergeschmack. Und hier die schöne, bisschen scharfe Currysoße, die so schön fruchtig ist. Ja. Mmh, absoluter Hammer. Probiert's aus, macht's nach. Schreibt mir dann, wie es euch geschmeckt hat. Schreibt mir, wie euch das Video gefallen hat. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Kravs Nikolai. Yeah.